Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchtet ihr euch mal wieder ein paar coole Gadgets vorstellen und ihr habt die Möglichkeit etwas echt Fettes zu gewinnen. Also bleibt auf jeden Fall dran, es lohnt sich. Let's go! Starten wir auch gleich mit dem ersten Produkt. Hierbei handelt es sich um den LG X-Boom. Ich habe hier zwei verschiedene Ausführungen und zwar einmal den PK7, das größere Modell und den PK5, dementsprechend das kleinere Modell. Das Ganze sind mobile Bluetooth-Speaker, kann man also auch unterwegs gut mitnehmen, denn sie haben jetzt natürlich dementsprechend auch einen Akku integriert. Man kann sie aber auch über die Steckdose anschließen. Beim PK7 haben wir da nochmal 10 Watt mehr. So kommen wir dann auf 40 Watt. Wenn man ihn mobil betreibt, hat man hier 30 Watt. Ist aber auch schon mal einiges. Beim kleineren Modell, dem PK5, kommt man hier auf 20 Watt. Alles in allem sind das wirklich sehr robuste Lautsprecher. Zudem sind sie auch IPX5 zertifiziert, das heißt Spritzwassergeschütz. Wenn man also draußen mal eine Gartenparty hat und es vielleicht mal anfangen soll zu regnen, dann hat man hier jetzt auch nicht unbedingt gleich an Schaden. LG ist hier eine Zusammenarbeit mit dem britischen Hersteller für hochwertigen Sound Meridian eingegangen. Das soll auch nochmal dazu führen, dass man hier beim Sounderlebnis noch deutlich mehr Qualität hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei beiden Speakers bekommt man hier wirklich keinen sehr sehr guten Sound. Hierzu zählt natürlich zum einen die Zusammensetzung von den Mitten und Höhen und natürlich dazu auch der Bass. Beim PK7 haben wir hier einen extra Bassknopf sozusagen, um jetzt noch mehr Bass beim Sound zu haben. Und den hatte ich eigentlich auch immer die ganze Zeit an. Soundtechnisch ist es hierbei auf jeden Fall sehr klar gehalten. Und ich finde, es ist auf jeden Fall ein sehr ausgewogener Sound. Das gilt zudem auch für den PK5. Ich finde, hier könnte der Bass aber nochmal ein bisschen stärker sein. Das war so der Kritikpunkt, was mich so ein bisschen gestört hat. Auf der Oberseite findet man bei beiden Speakern Buttons zur Musiksteuerung. Die lassen sich auf jeden Fall auch angenehm drücken. Des Weiteren ist hier noch ein ganz cooler Effekt und zwar haben hier so ein paar Lichteffekte. So ist es auf jeden Fall ganz cool, wenn es draußen gerade ein bisschen dunkler ist und so weiter und wann das Ganze anmacht. Dann sieht es auf jeden Fall sehr sehr cool aus. Ganz cool hätte ich es vielleicht noch gefunden, wenn hier noch so ein paar weitere Licht-Templates dabei gewesen wären. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall cool, dass man auch dieses Feature hier hat. In Sachen Akku hat man beim PK7 eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden, je nachdem natürlich wie laut man Musik hört. Und beim PK5 so um die 12 Stunden. Des Weiteren lassen sich auch zwei Modelle miteinander koppeln. Ist auf jeden Fall auch ganz cool. Und nun kommen wir auch schon zum angesprochenen Gewinnspiel. Und zwar habt ihr die Möglichkeit zum einen ein PK7 Modell zu gewinnen und ein PK5 Modell zu gewinnen. Ihr müsst einfach einen Kommentar unter diesem Video schreiben, warum ihr gerne gewinnen möchtet und was derzeit euer Lieblingssong ist. Und dann hat sich das Ganze noch so ein bisschen geändert. Und zwar ist es nämlich ultra kompliziert euch jetzt, wenn ihr gewonnen habt, zu kontaktieren. Denn das geht nicht mehr über YouTube Nachrichten und so weiter. Deswegen habe ich mich entschieden, mache ich das über Instagram. Deswegen ganz wichtig, schreibt auf jeden Fall euren Instagram Namen mit in den Kommentar rein. Und folgt mir auf jeden Fall dann auch bei Instagram. Denn ich werde die Auslösung des Gewinners oder der beiden Gewinner dann auf meinem Instagram Account in so einem Livestream oder in so einer Story machen. Und dann werde ich euch auch über Instagram direkt kontaktieren. Ist deutlich einfacher so. Und ja, so habt ihr dann auch schneller sozusagen euren Gewinn. Also folgt mir auf jeden Fall bei Instagram. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Denn da seht ihr auch mal was hinter den Kulissen so los ist. Und dann wünsche ich euch viel Glück beim Gewinnspiel. Also alle weiteren Infos sonst noch mal unten in der Videobeschreibung. Beim nächsten Produkt handelt es sich eigentlich auch um ein Gadget, was man täglich dabei hat. Und zwar um ein Smartphone. Genauer gesagt das Umi DG S3 Pro. Das hat nämlich auf dem Papier wirklich einige richtig krasse Specs. Eine 48 Megapixel Kamera mit einem Sony Sensor. 5.150 mAh Akku. 6 GB RAM. 128 GB Speicher. Eine 20 Megapixel Frontkamera. Und und und. Also ihr seht schon auf dem Papier macht das auf jeden Fall schon mal einiges her. Wir haben hier ein Gehäuse, das ist aus Keramik und Aluminium gefertigt. Und ich finde es liegt auf jeden Fall auch sehr gut in der Hand. Ist zwar ein bisschen dicker geworden, aber ich finde dadurch, dass es ein bisschen dicker ist, hat man irgendwie, ja, ich weiß nicht, kann man es irgendwie besser in der Hand halten. Auf der Vorderseite haben wir jetzt hier ein 6,3 Zoll Display mit einer Waterdrop Notch und einer Full HD Plus Auflösung. Ich finde von der Schärfe, vom Kontrast und so weiter, macht das Display auf jeden Fall auch einen sehr, sehr guten Job. Die Farben finde ich so ein bisschen zu stark gesättigt, aber das liegt dann natürlich auch im Auge des Betrachters. Auf der Rückseite befindet sich noch ein Fingerbrück-Sensor. Es gibt ja übrigens auch eine Gesichtserkennung, die auch sehr zuverlässig funktioniert. Kommen wir nun zur Kamera, denn das ist mit das Aushängeschild dieses Smartphones. Und zwar haben wir hier eine 48 Megapixel Kamera. Dazu gibt es noch eine 12 Megapixel Telefotolinse. Und ich blende euch hier einfach mal ein paar Fotos ein, da könnt ihr euch direkt dann ein eigenes Bild von der Qualität machen. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine solide Alltagskamera. Die Farben wirken sehr natürlich. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, das ist der Dynamikumfang. Gerade wenn man jetzt viele helle Objekte oder auch dunkle Objekte im Bild hat, dann fällt das natürlich noch ein bisschen stärker auf. Aber ansonsten ist es meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gute Kamera. Man muss ja immer noch den Preis im Hinterkopf behalten. Das kostet nämlich gerade mal unter 300 Euro. Und für unter 300 Euro mit den genannten Specs, die ich jetzt hier bei diesem Smartphone habe, ist das denke ich mal schon ein gutes Gesamtpaket. In seinem Prozessor haben wir den Helio P70. Ist auch ein gängiger Mittelklasse Prozessor. Und das Smartphone läuft im Alltag auf jeden Fall auch sehr flüssig. Man hat hier Android 9 installiert. Und das Ganze, was ich sehr gut finde, mit Stock Android. Man hat jetzt hier nicht extra noch einen Launcher und so weiter. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Außerdem, wenn ihr jetzt Google Pay nutzen möchtet, dann könnt ihr es ebenfalls hier mitmachen. Denn man hat hier auch NFC mit an Bord. Das heißt, ihr könnt also mit dem Smartphone im Supermarkt oder sonst wo bezahlen. An sich auf jeden Fall ein solides Smartphone meiner Meinung nach. Klar, man muss hier und da mit so ein paar Abstrichen leben. Aber alles in allem für einen Preis von, ich glaube derzeit 289 Euro bei Amazon kann man da auf jeden Fall nicht groß viel falsch machen. Es könnte sein, dass ich dieses Smartphone auch in den nächsten Wochen auf meinem Instagram-Account verlose. Ich bin auch so im Überlegen, schreibt doch mal, soll ich es verlosen? Weil ich habe schon so viele Smartphones und ich brauche jetzt nicht noch mehr. Und ich denke mal, einer von euch wird sich da, denke ich mal, mehr darüber freuen, als wenn es bei mir irgendwo rumliegen sollte. Ansonsten folgt mir auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account. Dann bleibt ihr da auf dem neuesten Stand. Und so in den nächsten zwei, drei Wochen, denke ich mal, würde ich das dann da irgendwie verlosen. Kommen wir dann jetzt auch schon zum letzten Gadget in diesem Video. Und zwar ist es das Satechi Reiseladegerät. Das habe ich eigentlich auf jeder Reise, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dabei. Denn es ist einfach super praktisch, weil ich einfach das mitnehme, plus halt die entsprechenden Ladekabel. Und ich brauche jetzt nicht noch mehr Steckdosenadapter und so weiter. Und kann halt hierüber alle meine Geräte laden. Denn wir haben hier einen USB-C-Port mit bis zu 60 Watt. Das heißt, ich kann mein MacBook hier ohne Probleme schnell aufladen. Genauso auch, wenn ich jetzt das entsprechende Lightning auf USB-C-Kabel habe. Dann kann ich hier auch mein iPhone schnell aufladen. Es gibt hier Quick Charge 3.0. Also wenn ihr ein solches entsprechendes Gerät habt, könnt ihr es natürlich auch dementsprechend aufladen. Und dann gibt es noch zwei weitere USB-Ports mit einer Ausgangsleistung von 2,4 Ampere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job. Zudem hat man hier auch eine Regelung der Spannung. Also je nachdem, welche Spannung jetzt benötigt wird, regelt das Netz das Ganze dann automatisch. Und das finde ich auf jeden Fall auch einen sehr sicheren Punkt. Zudem ist es sehr kompakt. Man kann jetzt also das Ganze ohne Probleme irgendwie im Koffer und so weiter mitnehmen. Aber ansonsten habe ich es wirklich auf jeder Reise, wenn ich unterwegs bin, dabei. Und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Macht einen sehr, sehr guten Job. Läuft problemlos. Ich hatte jetzt hier nie irgendwie einen Fehler oder irgendwie was festgestellt, was mir nicht gefallen hat. Es ist ein sehr, sehr solides Produkt. So, ansonsten sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Denkt auf jeden Fall an das Gewinnspiel. Folgt mir gerne auf Instagram. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Links dazu sind natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ich drücke euch die Daumen beim Gewinnspiel. Und bald kommt ja noch ein weiteres Gewinnspiel zum Smartphone online. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.